hallo mein name ist gab ein oder gab riene oder nämlich einfach gabi diese schuhe haben wir immer noch sehe ich gerade da oben das sind verbesserungen spiel die namen und gesundheit ok und fehlen noch hier ein paar sachen ihren trank fehlt uns noch salzsteuer haben wir würfel die kerze ein paar sachen fehlen uns noch gold intensität haben war okay wurf schaden schwing schaden okay ja dann herzlich willkommen zu einer weiteren folge wollen wir mal hier nicht reden erstellen und zwar könnten wir das machen machen wir auch ein fessel manchmal ein hagel ausdeutschen wenn du hörst aber vielleicht hier drinnen nicht okay und dann können wir eigentlich noch eine bombe holen er hat immer andere tränke war und sonst gucken wir mal noch auf der seite was hat gabi hier schönes das wäre nämlich auch interessant mit zwei tränke ok let's do it ich sehe mich da jetzt richtig gut ich meine wir können ja nicht nur verlieren oder müssen auch mal ab und zu auch mal einen kleinen erfolg hinlegen eigentlich jetzt andere schuhe zum verlies gehen wir nicht direkt wir brauchen erstmal ich meine wir brauchen ja bomben und schlüssel und so die finden wir ja nur hier aber wenn wir das hier alles verbrauchen dann bringt uns das da hinten auch nichts mehr ne schwer schwierig wisse wie ich mir weil die alle fakte können ja sind ja hier genauso gut wie auch da drüben schwenk schaden sollten wir auf jeden fall mal hoch machen damit haben wir am meisten zu und dann sollten die tiere auch schon ziemlich jetzt bin ich da in dieses blöde ding da reingehüpft so weißt du dass die hier zum beispiel immer nach zwei schlägen sterben und nicht ab und zu erst bei drei oder wir geben diese runde einfach mal gar kein gold aus gut hat er geklaut gesundheit schwingen schaden soll ich wollte ja noch gucken was passiert nicht so machen so gerade er schon wieder wollen wir wirklich die flüche nehmen wollen wir das wirklich ein schlüssel das heißt wir können wir in den raum hier ja mein schlüssel auswählen alles krass aber wir schicke projektele mit einem angriff zurück füge mehr vorstand der spiegel ist aber interessant er flug was haben wir denn verliere beim tod mehr gold heilung ist nicht so effektiv wow und hier schlüsselbund ein neues rezept muss das schnell gedrückt verdoppel alle grundlegende gegenstände im raum ok und hier kriegen wir jetzt auch nochmal flüche ja dann ist das ja egal ne was 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 heißen die denn das sind ja das sind ja zwei verschiedene flüche weiß erhalte schwingen schaden für jeden fluch auf dir finde kleine kisten in große kisten ach komm nehmen wir das ne schwenken schaden also viele flüche achso schwacher fluch und richtigen fluch das sind schwache ok wir haben jetzt verschwendung verschwendet ein schüssel kostet ach verwendung eines schlüssels kostet gesundheit so müssen wir jetzt dafür bezahlen versperrte läden sind besonders versperrt es gibt es eine chance dass relikte sich in tränke verwandeln oh man oh man oh man das kann doch nicht gut gehen das tut weh ok sonst haben wir nix ein schlüsse hätten wir noch warum haben wir nix hier bräuchten wir eine bombe aber wir finden bestimmt noch eine ok ok so so kriegen wir zwei auf jeden fall also mit zwei schlägen weg ich bin aber auch des todes dämlich und noch eine bombe man hört hier doch irgendwas man hört was entfernt alle flüche bomben schlüssel und setzt die gesundheit auf ein ja jetzt holieren oh man was ist das denn schon wieder für ein trank dafür braucht man zwei schlüssel und dann da hinten auch nochmal einen schlüssel ja wir gehen erstmal weiter aber irgendwas hört man hört da was ne in den raum als ob da irgendwie was springen würde oder so alle flüche zurücksetzen ich meine wir sind aber auch stark ne auch fleisch bringt uns natürlich nicht so viel wenn wir nur eine gesundheit haben dann sollte ich das fleisch liegen lassen wenn wir diese eine gesundheit nehmen vier ja hol ist hier ja hol ist hier aber dann sind wir auch nicht mehr so stark ne wenn wir die flüche alle entfernen ich weiß nicht ich meine welche flüche sind denn wirklich schlecht gerade also schlecht ist eigentlich das hier das aber man kann mit leben wo hm wie kann man mit leben ne was hört man denn da die ganze zeit da sind immer so als ob jemand springen würde oder sind dass diese kleinen kleinen sind auch nicht welchen drang hatten wir jetzt noch mal doppel nichts verdoppelt wir haben gedacht den tragen tut er vielleicht auch verdoppeln wirst du das ich glaube dass das ist der schuh wahrscheinlich der sich aktiviert schwingt haben wir auf jeden fall wieder plus 40 durch die ganzen flüche ich habe den trank jetzt da oben liegen lassen also wir machen das mit flüche hier aber auch nur weil wir dadurch so stark sind man wie wir das hier alles wegnebeln ist immer noch nicht level 2 war also hat man kriegen eigentlich mal neun verbündeten schön das haben wir auch noch das ist so abprallt gerüst was heißt gerüst was heißt das und zählt stimmt das hatten wir schon mal in einer folge gehabt aber konnten das nie ausprobieren wir tot gegangen sind was heißt gerüst 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 irgendwie draufstellen jetzt go keine ahnung was größer ja in den laden kommen wir halt nie wieder mit diesem flug oh nein jetzt brenne ich auch noch rechts schneider weg. Da ist noch einer. Scheiß drauf, oder? Auf den scheißen wir? Auf diesen einen? Ja, ne? Wollen wir auch nicht ewig leben, um das alles zu ertragen. Uff, uff. Da möchte man nicht so gerne hin, ne? Eine Bombe hätten wir noch. So, jetzt müsste eigentlich ein Zelt kommen. Da bin ich mal gespannt. Ah, hallo. Und das hält uns doch jetzt voll, oder nicht? Let's go! Und das sind jede Hunde, ne? Nein, unser Zelt ist weg. Oh, man. Ey, ich hab gedacht, jede Runde jetzt. Na gut, aber ey, immerhin wir sind voll. Jetzt nicht mehr. Also der ist auch ziemlich schwach, ne? Der abgeleitete Ding. Ich mein, etwas Gutes hat es ja, wenn die, ähm, Schatzdinger, äh, die Billy-Laden dicht sind. Genau. Weil wir können kein Geld mehr ausgeben. Guck mal, vier nur, wenn's abprallt. Was ist denn das? Also ich rede vom Abpraller, nicht von dem Ding, ne? Nicht von unserer Hacke selbst. Ich kann sehen, du Penis. Da oben ist jemand drin. Ah, Fleisch. Okay, wir sind wieder voll. Ähm, wir haben ordentlich Schaden. Gut, wir verlieren ein bisschen Leben und kriegen keine Items. Aber hey, die sind stark. Das ist doch das, was zählt. Ich glaub an, Gabi. Gabuine. Oh, das fliegt genau auf. Da oben wäre ja rein theoretisch wieder der Boss, ne? Ich weiß nur nicht, ob der Boss auch Boss ist. Wir könnten natürlich hier nämlich weiter. Wir springen da mal rein und gucken. Oh, so viel. So viel. Die können das nicht klauen. Die alle reinfallen. Das ist wichtig. Sammeln das alles bitte ein. Pasche. Okay. Also allgemein haben wir hier richtig viel, ähm, Bomben und Dingsenprobleme, ne? Ja, kommt da nicht hin, ne? So. 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 Wenn ein Boss kommt, ich sag ja, da ist ja eine Menge Gold drin und so. Wir versuchen's. Nix. Ach. Blaupause. Selties Ei. Hergestellt in das Spiel. Lol. Liegt da einfach ein Ei. Und wir haben da schon mal einfach übersprungen. Hätten wir mal geguckt. Also jetzt immer jedes Mal gucken. Alles klar. Vielleicht war das einmalig. So. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir uns hätten Feuer beamen können. Wir haben jetzt eine Bombe, die wir hätten vorher auch haben können. Aber wir haben jetzt die ganzen Relikte. weiter. So. Der interessiert uns ja nicht. Uns interessiert. Oh. Die Schlüssel nämlich. Und die Bombe. Guck. Oh, nein. Hau auf. Immer dieses Treffen lassen. Ja, Einschlüsse bräuchten wir da unten direkt. Nein, bräuchten wir nicht. Weil an ihnen haben wir keinerlei Chance. Ich hab vergessen, dass sie da. Das ist noch ein Grund für so. Mein Gold. Gut. Kein Billy. Einmal richtig erwischen. Okay. Die Statuen, wenn man die zerstört. Nee, ich muss Bomben sparen. Ich würde am liebsten jetzt eine Bombe darüber schmeißen, aber... Durch den, den, ähm, durch den Schwingschaden, ähm, haben wir aber ordentlich an Kraft, ne? Erhöht Gesundheit. Ja. Um 30. Komm mal hin. Oh, hier brauchen wir dreimal Schaden. Okay. Eins, zwei. Jetzt ist ja nix. Was soll man machen? Was soll man machen, ne? Wer Gold haben will, muss leiden. Jolt. Vielleicht finden wir ja nochmal ein Zelt oder so. Jolt. Jolt. Gut. Okay. Na, 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 na. Ich hoffe, mein Auto ist auch bald fertig, ne? Mein, ähm, ich hab ja kaputte Wegfahrsperre. Die lässt sich nicht ausschalten und... Ja, der Werkstatt-Typ meint das auch einfach nicht machen zu wollen. Oh, Mann. Oh, Mann. Kann man wieder aufhören? Oh. Oh. Oh, gut. Oh, gut. Oh, Mann. Nein, Mann. Oh, treffe ich noch nicht. Ich bin tot. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nicht, haha. Ich bin mein Gold totgegangen. Okay, wir haben ja auch, ne? Oh, nein. Beim Aufschließen gestorben. Leck mich doch am Arsch. Oh, nee. Geprine. Warum? Geprine ist gestorben. Starb bei einer Sache, die sie liebte. Türen aufschließen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und Wip. Geprine. Ich binっِّ Check. Ihr wisst mir aufschließen. vas team. Mittag. Ich binjer. Ach. Ich bin ¿았 ist. Ach. Ich bin ger comert. Untertitelung des ZDF, 2020